ja leute guck mal hier jetzt mal wenn ich mich einmelde kommt hier so komische fehlermeldung wenn ihr lösung dafür willst dann schreibt mal in die kommentare oder so kann auch sein dass nur die server da sind ich hab keine ahnung auf jeden fall und was auf jeden fall noch machen müsst ihr erst mal da runter digga so einer ist es